Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei RimWorld. Wir machen weiter. Ich freue mich schon, dass unsere Verteidigung hier sich mittlerweile fängt. Dass die Leute erst darüber müssen, um den Nahkampf anzugreifen und sich nicht hier verstecken können. Wer sein theoretisch auch einen Barrikan machen könne, aber nö. Nachsicht ist schlechter als Vorsicht. Was machen wir hier eigentlich nicht nur, Simeone? Wie ist die Film-Verhobie? Scheint ja okay, Kopfbedeckung zu sein. Als würde die ja nicht benutzt werden. Ja, da wird noch was zu bauen. Dich bekehren. Soll der nicht mehr so weit weg sein. Oh, was ist denn los? Oh, müde. Schlafen. Oh, schlafen ist auch so toll. Ja, hier. Der Nähtisch. Wir brauchen eine neue Sklavenkörper. Gut. Nicht aus Trombofel, gell? Alles verbieten außer... Menschenhaut. Davon haben wir gar nicht mehr so viel. Ich dachte, wir hätten mehr. Holen wir uns doch noch ein bisschen. Komm, hol uns wen schönes. Denkt ihr, die Masken bringen hier einen Bonus? Das hier ist die Maske. Höö. Mehr. Irgendwas Ur-Rüstung. Ur-Rüstung, Schnitt. Gar nicht so schlecht. Der ist aber nicht irgendwie auf den einen einzigen Blick, dass das was ist. Sissi. Sissi, hey doch mal nicht so rum. Katzenami Jukund. Konstruktion und Pflanzen. Uh, und Kunst. Und das ist sowieso uns egal, das ist auch egal. Ich würde den fast reklokieren. Dann rekrutieren wir den doch mal. So, und wenn wir schon mal hier sind, diesen Ausbeton sind noch neutral. Wir bescheren einen Bonus auf Sauberkeit. Medizinisch. Ah, wir haben vier Bio-Freti. Hey, was macht denn meine laufenden Organe da? Du sollt ihr mal nicht tun. Findest du die wenigstens einfangen? Danke. Ich gehe keine Blutungen. So, Gefängnismedizin, Kräutermedizin, ja. Mit dem Rest hier anbauen. Wir haben mittlerweile die Temperaturen dafür. Man muss hier fast wirklich. Der Arzt ist wichtig für dich. Ist Werther das Wichtigste? Was haben wir noch? Ah ja, Pflanzen. Das habe ich ja wegen dem Pflanzen jetzt angefangen. Kochen. Wo ist Pflanzen? Da fällt Arbeit. Anziehen ist sehr wichtig für uns. Transport reinigen. So, bei dir. Eigentlich Transport alles reinigen. Ich mache die beiden auf zwei. Ja. Der W-W-W-W. Nee, Wiffmaker ist unser. Komm her. Ich werde, wenn du wirklich abhaust. hierhin einfangen da das im schluss abbekommen was hattest du konstruktion reinfangen wandeln jetzt deinem körper nur prellungen und wir sollten hier ein neues herz abbrechen aber dafür brauchen wir erst mit ihnen du bist auch manche stimmt war das pflanzen und herstellen konstruktionen und handwerker ich mit herstellen gemeint hatte vergessen dass du konstruktion hast warum ist sie da draußen will jemand heilen ohne medizin reicht kannst du sie bekehren ja sie dir gefällt wahrscheinlich nicht dass du hier zeug essen musst bald wird sie auf unserer seite sein haben wir schon wieder es wird gemacht wer du handeln handeln danke mir ist deine glaubungskrise eigentlich relativ egal um ehrlich zu sagen bist du mir auch relativ egal wollen dich wegen dem konstruieren wir sehen und es wird wir sehen und wir sehen das was ist ich Wir brauchen das Essen, wegtragen, wegtragen, puh, wir haben echt Essensprobleme, aber Irgendwie wurde das mit unserem Reis nie wirklich was für dieses Biofretti ziemlich billig, vor allem haben wir das ja fast unständlich produzieren können. Wir haben hier das Strom. Glaubensliebe, was machst du? Ah, mehr Schweinleinchen, Leichen. Okay, wir haben auch den Gurt. 7,8. Sollten wir das Essen vielleicht versuchen einzunehmen? So und hier einen Durchgang irgendwie dahin machen? Meinen ihr Leuten, die durch die Wand gehen, wäre das ja egal, ob sie hier oder hier durchgehen. Oder es wird Zeit ein paar Hydrokulturen zu machen, die hätten wir noch Platz dafür. Schon ein bisschen schwierig unser Essen. Eigentlich sollte das uns reichen, mit den zusätzlichen hier dadurch. Aber insgesamt leider nicht. Dann mache ich halt eine Dingskultur, eine Hydrokultur. Könnte es auch hier. So hier rein und dann ist hier die Hydrokultur. So das wäre doch... Das würde doch passen. So machen wir erstmal... 11 mal 11. Weil das alleine steht. Moiv. Wer ist Moiv? Ah. Moiv ist schon Futter. Moiv ist in uns allen jetzt. Oder so. Strom. Weil mit Hydrokulturen wird man Strom doch noch mehr pfeifen gehen. Ah. Mach ich die Wand vielleicht aus Marmor? Aus Stahl. Dann kopiere ich das hier erstmal nochmal. Und hier eine Marmorwand rum. Mit natürlich einer Marmortür. Und Riffmaker. Trag mal diese Bauteile rein. Das wäre nett. So jetzt wird auch der Rest angebaut. Eigentlich könnte ich das hier auch verkleinern. Und wir haben den ganzen Reis. Gut. Könnte das in der nächsten Saison zu... zu... Mais. Wo ist Mais? Wechseln. Da. Mais. Und erstmal das Anbauen verbieten. Gut. William. Du hattest doch auch Bergbau oder? Ja. Wie hoch ist bei dir Bergbau? Wer hat jetzt bei dir eins. Und Bergbau kommt dann nach. Ja. Halt es mal auf zwei. Muss natürlich auch hier Hitze reinmachen. Und zur Not vielleicht auch Kälte. Aber eher Hitze. Für die kalten Winternächte. Und das hier wird langsam. Warum sind hier manchmal Zweier und hier nur Einser? Wir haben noch Biofretti. Noch genug Biofretti für uns. Was? Zum Glück wurde das hier mittlerweile auch abgezweigt. Die T-Shirts haben auch keinen längeren Weg mehr. Naja. Aber nachts geht uns der Strom raus. Du. Bau mal diese Wände hier. Und du mach uns mal das Zeug für die Wände. Machst du schon. Gut. We are already doing that. Ich könnte auch schon. Nein. Ich kann die nicht auf Konstruktion umstellen. William. Zwei Stunden. Okay. Dann bin ich ein bisschen zu früh für. Wie sieht es mit deinem Sozialhaus? Ich glaube es war letztes Mal schon acht. Haben wir ein Sozialbuch? Oh. Das ist ein bisschen am Zerfallen. Zerfallen die, wenn die fertig gelesen sind. Oder mit jeder, äh mit jedem Fallen. Und so weiter. So William. Jetzt müsste das abgelaufen sein. Ja. Kurze Bekehrung. Für sogar einiges. Äh. Warum servierst du dir rohes Fleisch? Ich kann da von der Paste sich was gönnen. Ist ja alles Lamm. Esel. Eigentlich bringen diese kleinen Lämme, wenn sie geschlachtet werden. Nicht so viel. Ich sollte es eher so umstellen, dass. Gerade bis die Schafe erwachsen sind und sie dann schlachten nicht. Bei den Haustieren. Äh. Soll davon unendlich sein? Wo wir sie jetzt machen. So sie sind. Männlich erwachsen bleibt einer da. Bei den jungen Erwachsenen bleibt einer da. Weiblich erwachsen. Wie in dem geschlachtet werden. Und die weiblichen Jungen können wachsen. Gut. bald haben wir auch hier den ersten reis ja mir ist egal dass die mützen zerfallen ich werde die sowieso bald hier verbrennen wenig genug granit blöcke bekommen schöner um sichern so einig mal in den speiseraum bald haben wir ja dafür jemanden aber erst bald ja ich wollte auch schauen wie hier 19 stunden ist ja schon bald wieder hier wird mehr gemacht wir haben genug warme dafür raukapsel aufgekeimt ja wir werden hier keine triaden züchten triaden sind nicht hilfreich in dem game jedenfalls habe ich sie noch nie als wirklich hilfreich erfunden so ihr ladet euch auf so da möchte ich jetzt schauen ob das buch durch lesen kaputtgehend nein wer ist dieser wegen deiner religion warum ziehst du die aus die maske wechsel wir können die ja alle aus biofredi machen in die ritualmasken besser 33 15 15 bist du ein von der rüstung her sind die wirklich besser ja dann können die jeder anziehen auch wenn die von den beiden hier cooler aussieht als deiner ja ich bin es ist eigentlich biofredi ist deren hautpartikel also super stanz mit organischen und metallischen eigenschaften bio ach bioferit nicht biofredi ich nenne es weiterhin biofredi ist mir egal ob es bioferit heißt riet klingt zwar mehr chemisch aber biofredi klingt cooler ja klein mechanischen produziert nanomachines san was hier wieder noch eine skala ok duplikat kommt mal sehen was dieses duplikat kann 3 skala sie ist halt einfach gut auch weil wir jetzt ihr das ein bisschen erzogen haben aber trotzdem ist sie gut was hatten wir wir hatten müssen nur eins dass wir eine die wir retten konnten gell die ja durch organe ersetzen na dann hoffen wir dass du auch organen versagen hast so arbeit kopieren weil du brauchst keine tierpflege so bauen und arzt zuerst haben wir das auch 3 ja und das muss nur 0 deswegen habe ich das auch nicht so gerne weil man dann mehrmals draufklicken muss um es zu wechseln wo schläfst du jetzt ich dachte du würdest da schlafen hier sollte mal peter was peter der hier mal schlafen sollte und zwischendurch gestorben ist setzen wir die da hin und bisschen licht überall da brauchen wir mal unser bio fredzi mhm schließt noch nicht steht noch nicht was du hast können die einfach auch perfekt sporen oh die maske sieht auch crazy aus die gefällt mir immer noch am besten diese variante die die drei haben ich glaube nicht dass ich das irgendwie ändern kann so jetzt baue das hier doch mal fertig du baust mir das ja verkümmernder verstand das was man nur mit äh mech heilserum heilen kann schade dann leg mal die stromleitungen naja wirst du organspender sein oh das war der falsche die wird organspenderin frag mich ob raider die auch nicht sehen können okay jetzt ohne dach abreißen aber dann so ein baum hier den geothermiereaktor hier liegen noch mehr bauteile stimmt hier müssten ja überall noch bauteile rumliegen von den sachen die wir überhaupt gebaut haben wurden auch nicht reingetragen Hier liegt genug Stahl rum. Sind sogar hier genug Bauteile oder? So Riffmaker, trag mal die Bauteile hier weg. Du musst den Rest noch suchen. Ich sehe keine. So, mach die noch fertig. Nein, mach die halt auch fertig. Wenn ihr schon mal hier wird, kannst du es auch noch schnell fertig machen, damit wir den Strom bekommen. Der Strom ist nicht angeschlossen. Ah, ich habe vergessen den Strom anzuschließen. Das kannst du auch noch machen. Nein, nein, nein. Das hätte uns schon ein bisschen geholfen. So ein bisschen hätte uns das schon geholfen. Brauchst du die jetzt noch? Brauchst du das jetzt noch? Danke. Gut. Hier hatten wir auch noch Stahl rumliegen. Stimmt. Deswegen haben wir das ja erst ausgebaut, weil da ein Stahl Ding war. Sonnenlampe. Haben die die vergrößert? Wir haben irgendwas an der Sonnenlampe verändert. Äh, sehr viel Strom reicht. Ich vermute mal, das weiße funktioniert sehr hundertprozentig und der Rest ist, wo sie nicht mehr so gut funktioniert. Ich vermute mal, das weiße funktioniert sehr hundertprozentig und der Rest ist, wo sie nicht mehr so gut funktioniert. Wir haben die mit den Sonnenlampen gemacht. Jetzt habe ich in nirgends dieser Spoiler-freien 1.5-Updates gesehen, dass die irgendwas mit der Sonnenlampe gemacht haben. Ähm, aber wir werden sie bauen. Wie war die denn früher? Früher konnte man zwei aneinander machen 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 und einen zwei Hydro-Kultur nebeneinander. Das ist entscheidend nicht mehr so. Ähm, Was ist denn alles für die Sonnenlampen? Was ist denn alles für die Sonnenlampen? Fünf Teil. Okay, dann heißt es, die haben das insgesamt verschlechtert. Wow. Das ist nicht nett. Ich meine meine, das ist wahrscheinlich jetzt besser um einfach in der Kälte mit funktionierendem Boden zu machen, aber trotzdem. Oh nein, ich habe den exotischen Händler währenddessen vergessen. Gleich bisschen legendär. Toksha. Ich brauche nicht das Bio-Frett hier unbedingt. Eigentlich brauche ich hier gar nichts von, wirklich. Und es besteht die Möglichkeit, jemanden bei so einem Angriff zu verlieren, ne? Egal. Ich bin in der heutigen Folge hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt alles Spaß. Alles Spaß. Alles Nacken und Kommentaren. Da. Mein Hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.